Indianer, du darfst nicht mehr Indianer, das heißt Mitglied eines indigenen Volkes, verstehst du das? Wichtig! Ja, du darfst auch nicht mehr Cowboy sagen, das heißt jetzt amerikanischer Viehzüchter, verstehst du das? Und dann habe ich mir überlegt, wenn du jetzt ein kleiner Junge bist und wir haben Fasching, treffen die Bensichter und sagen, sag mal, hast du Lust, amerikanischer Viehzüchter und Mitglied eines indigenen Volkes zu spielen? Nein!